Alles hat ein Ende, auch diese Challenge Soundtrack of my Life. Herzlich willkommen zur letzten Folge, heute mal aus dem Grünen. Das hat so einen guten Grund. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Natascha Gerold bedanken, die mich zu dieser Challenge eingeladen hat oder herausgefordert hat. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht, sieben Tage lang, jeden Tag ein Musikstück euch rauszusuchen, auch einzuspielen und dann zu präsentieren. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Morgen endet meine aktive Facebook-Zeit nach fast fünf Jahren, aber es geht auf lautwert.de weiter. Das gibt es schon etwas länger und ich freue mich da in Zukunft auch mehr Videos, mehr Fotos, mehr Statements und überhaupt mehr rauszugeben, aber auch Möglichkeit für euch, da was zu hinterlassen. Ich werde nicht das zweite Facebook, keine Angst. Okay, ich muss jetzt aufhören mit Reden, weil das Musikstück ist lang genug und ich möchte gar nicht so viel dazu sagen. Ich muss jetzt was anderes machen. Ich muss jetzt ja auf die Art gehen. Hier sind nur noch ganz, ganz wenige Brombeere, meine Lieblingsfrüchte. Also, ich habe jetzt eine Verabredung. Komm mal, ihr Kleinen! 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 Amen. 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 Amen.